Hallo und herzlich willkommen zu Freiwaffen Reviews Deutschland. Heute habe ich was ganz besonderes für euch und zwar habe ich mir extra für euch und extra für diesen Kanal die kleinste Schreckschusspistole der Welt gekauft. Und zwar ist das die Berloké, ich kann kein Französisch, Pistole. Ein winziges Teil und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Geliefert in dieser wunderschönen Holzkiste. Seid ihr bereit? Das ist die kleinste Schreckschusspistole der Welt. Wir haben hier oben im Deckel nochmal die Anleitung und Sicherheitsanweisungen. So, und das ist das Ding auch schon. Hängt hier an so einer kleinen Kette mit einem Schlüsselring. Und es handelt sich hierbei, wie gesagt, um eine vollwertige Schreckschusspistole mit PTB. Hat hier in dem Fall die PTB Nummer 222. Und das Ding ist halt wirklich winzig klein im Kaliber 2 mm. Als erstes erzähle ich euch ein bisschen was über die Daten und Features der Schreckschusspistole und auch über den Preis. Im Anschluss, für dieses Video ganz wichtig, mal einen richtigen Größenvergleich, damit ihr sehen könnt, wie klein das Ding wirklich ist. Dann gehe ich einmal auf den Lieferumfang ein. Im Anschluss geht es um die Bedienung. Wie macht man diese Pistole feuerbereit? Wie schießt man sie? Dann folgt natürlich noch der Schusstest und zum Schluss das Fazit, für wen diese Schreckschusspistole eigentlich überhaupt geeignet ist und Sinn macht. So, die Daten und Features der Schreckschusspistole sind in jedem Fall mini. Wir haben hier eine Länge von ungefähr 4,5 cm. Und eine Höhe von, naja, vielleicht 2 cm. Noch nicht mal 2, ja, knapp 2 cm. Da brauchen wir, denke ich, nicht weiter darüber reden, dass das Ding winzig klein ist. Normalerweise erzähle ich euch das Gewicht einer Schreckschusspistole anhand einer Küchenwaage. Hierfür brauchen wir jetzt mal so eine szene-typische Feinwaage. Wir sind hier bei 10,7 g. Wobei man jetzt sagen muss, dass hier noch die Kette und der Schlüsselanhänger dran ist. Ich würde mal schätzen, dass die Pistole selber, man kann ja hinten diesen Ring aufbiegen, wenn man möchte, hat man nur die Pistole ohne Kette und Schlüsselanhänger, dass die Pistole selber wahrscheinlich so bei 6 bis 7 g liegen sollte vom Gesamtgewicht her. Also wie gesagt, Größe und Gewicht sind schon mal absoluter Rekord und werden wohl hier auf diesem Kanal auch nicht mehr unterboten werden. Ansonsten kann man zu den technischen Daten gar nicht so viel sagen. Es handelt sich um eine einschüssige Kipplauf-Hinterladerpistole. Hat kein Magazin, zeige ich aber gleich alles. Wir haben hier trotz allem die Möglichkeit, ins Abschussbechers und auch Pyromunition damit zu verschießen. Zeige ich euch auch gleich. Ansonsten haben wir, wie gesagt, eine PTB-Nummer. Hier die PTB-222. Das heißt, diese Waffe ist in Deutschland ganz legal als Schreckschusswaffe zugelassen. Und auch wenn es aussieht wie ein Spielzeug oder nicht mal wie ein Spielzeug, wie ein Modell, ist es eine richtige Schreckschusswaffe. Ist so vom Waffengesetz erfasst. Darf nur von Personen über 18 Jahren gekauft und besessen werden. Und darf auch nur mit einem kleinen Waffenschein geführt werden. Das heißt, wenn man sich dieses Ding mitnehmen möchte, ich weiß nicht, an den Schlüsselbund hängen möchte oder ins Münzgeldfach vom Portemonnaie stecken möchte, braucht man dafür auch auf jeden Fall einen kleinen Waffenschein, um das Ding in der Öffentlichkeit zu tragen. Und wenn ihr euch das Ding jetzt so in die Hosenplasche steckt und keinen kleinen Waffenschein dabei habt, selbst wenn er nicht mal eine Platzpatrona bleibt, begeht er da eine Straftat. Also in dem Fall auf jeden Fall dran denken, dass man selbst für so einen Mini-Teil einen kleinen Waffenschein braucht. So, kommen wir zu dem Teil des Videos, auf den ich mich am meisten freue, und zwar im Größenvergleich. Ich fange erst mal mit der Munition an. Das hier sind die Platzpatronen für diese Schreckschusswaffe. Und zwar sind das, wie gesagt, 2 mm Stiftfeuerpatronen. Hier zum Größenvergleich mal eine 9 mm PAK-Platzpatrone. Ich denke mal so der Standard im Schreckschussbereich. Und es ist wirklich Wahnsinn, der Unterschied. Selbst eine 6 mm Flobert-Platzpatrone ist dagegen noch riesengroß. Im Gegensatz zu dieser 2 mm. Und jetzt darf natürlich nicht der klassische Test, der klassische Vergleich fehlen. Die kleinste Platzpatrone auf dem deutschen Schreckschussmarkt gegen die größte Platzpatrone auf dem deutschen Schreckschussmarkt. Nämlich eine Kaliber 45 Shortknallplatzpatrone. Also ich denke, da brauche ich euch gar nicht viel zu sagen. Der Größenunterschied bei den Platzpatronen ist gigantisch. Größenvergleich der Waffe selbst wird natürlich noch eindrucksvoller. Ich habe hier mal eine Soraki 918 zugegebenermaßen. Eine relativ große Schreckschusspistole. Aber jetzt hier im Gegenzug dazu die kleinste. Ich weiß gar nicht, wo ich die auflegen soll, damit ich das wirklich vergleichen kann. Aber ja, ich denke, egal wo ich sie auflege, es ist deutlich zu erkennen. Selbst im Gegensatz zur Soraki 906 und der Walter P22, die so beide, sag ich mal, sich den Markt der ganz kleinen, kompakten Schreckschusspistolen teilen. Selbst im Gegenzug dazu ist dieses Ding winzig klein. Also die P22 und die Soraki 906 sind wirklich sehr kleine Schreckschusspistolen. Nun aber genug zu diesem wirklich sehr besanten Größenvergleich. Kommen wir einmal zum Lieferumfang der Pistole. Der ist nämlich anders als bei den meisten anderen Schreckschusspistolen. Die meisten Schreckschusspistolen und auch Revolver kauft man in einer Plastikkiste mit einem Abschussbecher, einer Reinigungsbürste dabei und vielleicht noch eine Anleitung und das Ganze in Schaumstoff. Das sieht hier anders aus. Wir haben hier eine sehr schön designte Holzkiste. Kann man das Ganze schon als Geschenkset sehen, muss man klar sagen. Hier mit diesem roten Kunststoff mit Samt drauf. Also wirklich sehr anmutend, sag ich mal. Was ist im Lieferumfang drin? Ich fange einfach mal hier vorne an. Natürlich die Schreckschusspistole selber mit diesem Kettchen und dem Schlüsselring dran. Dann haben wir einmal den Abschussbecher. Hier steckt sogar original mit dem Lieferumfang noch ein Signalstern drin. Der Abschussbecher ist nicht im klassischen Kaliber 15 mm, wie alle anderen Abschussbecher für Schreckschusswaffen das sind, sondern die Signalsterne hier sind im Kaliber 9 mm statt der 15 mm, wie es bei den normalen Signalsternen ist. Auch hier mal ganz kurz der Größenvergleich. Das hier ist ein normaler Signalstern für eine normale Schreckschusswaffe. Und das hier ist dieser hier. Also er ist wirklich deutlich schmaler. Und 9 mm kann man hier auch nochmal sehen. Hat genau den Durchmesser wie eine 9 mm Platzpatrone. Deswegen ist auch der Signalbecher entsprechend kleiner. Lässt sich hier ganz normal mit dem Gewinde aufschrauben. Einziger Unterschied zu einer normalen Schreckschusspistole ist hier das Gewinde außen, weil innen natürlich auch kein Gewinde mehr reinpassen würde. Diesen Signalstern packe ich hier mal wieder so rein, wie es geliefert wird. So, wer mitgezählt hat, wird jetzt schon wissen, es sind 10 Signalsterne mitgeliefert im Lieferumfang. Einer wie gesagt hier im Abschussbecher aufbewahrt, der zweite hier und 8 hier unten. Die Signalsterne sind in drei Farben sortiert. Wir haben hier einmal R für Red und einmal G für Green. Und dann haben wir noch Signalsterne mit Y für Yellow. Also rote, gelbe und grüne Signalsterne sind dabei. Und dann haben wir hier noch das Munitionsdöschen, was mitgeliefert wird. Wir bekommen hier nämlich die Platzpatronen genauso wie die Signalsterne gleich im Lieferumfang mit dazu. Hier ist so ein Lappen drin, dass die Platzpatronen da nicht drin rumfliegen. Und dann haben wir hier drin das Döschen mit den Platzpatronen im Kaliber 2 mm. Und das sind genau 11 Stück, die da im Lieferumfang mit dabei sind. Das heißt, wir haben 10 mal Pyromunition und 11 mal Platzpatrone. Das heißt, man kann genau eine Platzpatrone verschießen, was wir hier gleich auch im Schusstest machen werden. Und dann hat man praktisch für jeden Signalstern noch eine. Weiterhin gibt es hier noch diesen Entladestock. Ich weiß nicht, ob das auch als Putzstock dienen soll. Wie gesagt, das ist, um die Platzpatrone nach dem Schießen wieder aus dem Patronenlager, wenn man das so nennen will, wieder rauszubekommen. Das ist nämlich vielleicht gar nicht so einfach. So, ansonsten hier drunter ist absolut nichts mehr. Da ist leer. Das heißt, es gibt auch keine Anleitung in wirklicher Papierform, sondern die ganze Anleitung und die Sicherheitshinweise stehen hier alle im Deckel praktisch drin. So, das ist der Lieferumfang. Jetzt muss man hier für die Schreckschusspistole auch wirklich mal eine Lanze brechen, weil es ist alles andere als selbstverständlich, dass man so ein Komplettset und dann auch noch in einer schönen Geschenkverpackung bekommt. Wir bekommen hier die Pistole, den Abschussbecher. Das ist ja Standard. Und wir bekommen hier sowohl Platzpatronen als auch Pyromunition praktisch mit der Schreckschusswaffe selber mit dazu geliefert. Gratis, wenn man so will. Ist alles andere als selbstverständlich. Hat aber natürlich auch den Hintergrund, den ernsten Hintergrund, dass man sowohl diese Platzpatronen als auch diese Pyrosignaldinger keiner Norm entsprechen. Die gibt es wirklich nur für dieses Ding. Und damit muss man natürlich sagen, ist es sehr schwer, da extern dran zu kommen. Das heißt, man wäre wahrscheinlich erstmal aufgeschmissen, wenn man sich nur die Pistole bestellen würde. Zum Preis muss ich auch etwas eigentlich Erfreuliches sagen. Diese Schreckschusswaffe ist sehr günstig, gerade im Gegensatz zu anderen Schreckschusswaffen. Und zwar kriegt man diese Schreckschusswaffe, ich glaube, der günstigste Online-Shop nimmt im Moment 41 Euro dafür. Üblich sind so 45 bis 50 Euro. Das ist natürlich nicht viel Geld für eine Schreckschusswaffe mit PTB-Prüfzeichen, mit Abschussbecher, mit Platzpatronen und mit Signalstern dabei. Aber man muss sich natürlich auch mal überlegen, was man hier bekommt. Und selbstverständlich ist das Ding technisch halt auch weit weg von einer ernsthaften, großen Schreckschusspistole oder Revolver. Das, was dann wirklich eine Selbstladewaffe mit Magazin oder Trommel ist, was dann Single- oder Double-Action-Abzug hat. Was dann praktisch eine Auszieh-Kralle, Verschluss, ein richtiges Schlagbolzensystem hat. Das ist natürlich technisch hier ganz weit weg von. Das heißt, streng genommen ist es vielleicht auch von den Produktionskosten her wieder die teuerste Schreckschusswaffe der Welt. Ich weiß es nicht im Verhältnis zum Verkaufspreis. Also ich will mal mutmaßen, dass die Herstellungskosten hier vielleicht bei 2-3 Euro liegen. Kommt aber, denke ich, auch mal auf die Stückzahlen an und unter welchen Umständen sowas gefertigt wird. Viel wird es allerdings nicht kosten. Aber wie gesagt, das heißt ja noch nicht, dass man so ein Ding jetzt hier mit Platzpatronen und Signalstern und Abschussbecher und einer schicken Verpackung für 10 Euro verkaufen muss. Insofern muss ich schon sagen, mit diesen 41 Euro, die es im Moment kostet beim günstigsten Onlineshop, kann man durchaus leben. Das ist, wenn man so will, günstig. So, dann kommen wir mal zur Bedienung der Schreckschusspistole. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht allzu sehr mit meinen großen Fingern. Denn eins kann ich sagen, komfortabel und bequem ist das garantiert nicht. Und man muss hier wirklich ein ziemliches Fingerspitzengefühl haben. Also, die Technik der Waffe ist ganz einfach. Man kann den Hahn zurückziehen, der rastet dann ein und man kann hier unten mit dem Abzug den Hahn wieder lösen. Der schlägt dann auf. Das ist eigentlich, das sind schon zwei der drei mechanischen Features der Waffe. Die dritte ist jetzt noch, den Laufzug zu kippen. Und zwar muss man dafür erst den Hahn spannen, sonst funktioniert es nicht. Und dann hat man hier auf dieser Seite diesen Pin, der steht jetzt ein Stück raus, den kann man dann reindrücken. Und wenn man den reindrückt, hat man hier auf der anderen Seite dieses Spannblech, was einfach nur die Funktion hat, diesen Pin wieder zurückzudrücken, wenn man ihn loslässt. Das heißt, wir drücken den Pin rein und können dann den Lauf nach unten kippen. So sieht das Ganze aus, bei gedrücktem Pin. Jetzt haben wir hier den Lauf. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es da noch was Zweites gibt. Ich glaube nicht. Wir haben hier ziemlich weltexklusiv wahrscheinlich die einzige PTB-zugelassene Schreckschusspistole ohne Laufsperre. Das heißt, man kann hier sehen, wir haben einen komplett durchgängigen Lauf von vorne bis hinten. Der ist glatt und es ist keinerlei Laufsperre, auch kein Steg und sonst was drin. Also wir haben wirklich einen komplett freien Lauf, ganz offiziell und legal, trotz PTB-Zulassung ohne Laufsperre. Ja, kommen wir mal zum Laden. Dafür nimmt man, wie gesagt, eine Platzpatrone. Es ist ein Einzellader, wir haben kein Magazin. Wir haben jetzt hier vorne die Treibler, also es ist ja eigentlich kein Treibler, es ist ja nur ein Zündhütchen da drin. Und haben jetzt auf der einen Seite diesen kleinen Pin. Denn es handelt sich hier nicht um Zentralfeuerpatronen, wie bei normalen Schreckschussplatzpatronen, dass man hinten reinschlägt, der Hahn, sondern der Hahn schlägt praktisch hier oben auf diesen Stift drauf und schiebt den in die Hülse rein und dadurch wird das Ganze ausgelöst. Das heißt, wir müssen hier auch die Richtung beachten und zwar muss das Ganze so rum hier rein, mit dem Stift nach hinten und dem Stift nach oben und da muss man das Ganze irgendwie in dieses Patronenlager reinfrieben. Jetzt kann man hier oben sehen, hier ist eine kleine Aussparung und genau da kommt dann der Stift rein. So, es ist eine ziemliche Fummelei und jetzt ist sie im Laden. Die Platzpatronen liegen hier drin, der Stift guckt oben, wie gesagt, so ein kleines Stückchen raus. Kann man jetzt, denke ich, gut sehen. Jetzt müssen wir den Lauf wieder zurückklappen, den Pin wieder reindrücken, zurückklappen und jetzt ist die Schreckschusswaffe schon feuerbereit. Eine Sicherung gibt es wenig überraschenderweise nicht. Das heißt, wenn wir jetzt abkrümmen, dann schießen wir diese Platzpatrone schon. Das mache ich jetzt allerdings erstmal nicht, sondern entlade das Ganze wieder. Nach einem Schuss, falls jetzt die Patrone ausgelöst haben sollte und sich dabei ein bisschen aufgefaltet haben sollte und die hier nicht mehr so einfach rauskommt, so rausgerutscht kommt, was sie jetzt im Moment noch ganz gut tut, nicht abgefeuert, gibt es, wie gesagt, diesen Entladestock. Den schiebt man einfach vorne durch den Lauf und damit schiebt man da hinten die Platzpatrone wieder raus und dann fällt sie runter. Echt euch noch, wie das mit dem Abschussbecher funktioniert. Wie gesagt, wir haben hier einen ganz normalen Abschussbecher. Den können wir jetzt hier draufschrauben. Keine große Sache, sollte sich von selbst verstehen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt kommen, wie gesagt, diese kleineren 9mm Signalsterne rein. Und dann kann man die tatsächlich wohl auch scheinbar mehrere Meter nach oben schießen. Also ich weiß nicht, wie hoch die kommen. Das werde ich hier in dem Video auch nicht ausprobieren. Allerdings kann man davon ausgehen, dass diese Signalsterne durchaus gut funktionieren, wenn man das so nennen will. Also scheinbar haben selbst diese winzig kleinen Platzpatrönchen genug Kraft, um so eine etwas kleinere und leichtere Signalmunition noch ordentlich nach oben zu schießen. Einen Punkt dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Was macht man denn, wenn man seine 11 Platzpatronen oder 10 Leuchtsterne verschossen hat? Die Platzpatronen kann man tatsächlich nachkaufen. Nicht in jedem Waffenladen in einer Stadt, wo man natürlich 6mm und 9mm überall bekommt. Muss man schon in bestimmten Onlineshops gucken. Aber sie sind verfügbar. Ganz billig sind sie nicht. Also 25 von diesen Platzpatronen, also die zweieinhalbfache Menge, die jetzt hier ab Werk dabei ist, kosten 15 bis 20 Euro. Das ist natürlich zu finanzieren, aber natürlich trotzdem viel, viel, viel teurer als 6mm Flobert, was denke ich hier vergleichbar wäre. Und selbst immer noch fast 3-4 mal so teuer wie die großen 9mm Platzpatronen. Ist ja auch völlig klar, die Dinger werden fast nicht verkauft, weil mit diesen Pistolen fast nicht geschossen wird. Also wie gesagt, nur dass man weiß, man bekommt diese Platzpatronen immer noch nachzukaufen, auch wenn sie nicht günstig sind. Signalstern in 9mm weiß ich gar nicht, bekommt man bestimmt auch, werden aber auch nicht ganz günstig sein. So, kommen wir also zum Schusstest. Ich spanne den Hahn nach hinten, drücke den Knopf rein, lege den Lauf um. Jetzt muss ich wieder diese Mini-Platzpatrone hier rein friemeln. Das ist wirklich eine richtige Fummelarbeit. Drücken den Knopf wieder rein, legen den Lauf nach vorne. Die Waffe ist jetzt feuerbereit. Und dann werde ich jetzt schießen. So, also, es knallt ordentlich, aber wie gesagt, für die Ohren kein Problem. Es gibt im Verhältnis zur Waffe den wahrscheinlich größten Mündungsblitz überhaupt. Und das Ganze funktioniert. Jetzt können wir noch einmal reingucken, wie die Platzpatrone jetzt aussieht. Also wie gesagt, ich muss die jetzt mit dem Stock vorne rausschieben. Und so sieht das Ganze aus. Der Stift ist immer noch da. So. Und vorne ist jetzt natürlich nicht mehr die weiße Kappe drin, sondern vorne ist es jetzt natürlich schwarz. So. Der Schusstest war, wie gesagt, sehr erfolgreich. Man muss dazu sagen, diese Waffe ist wirklich nicht laut. Also es knallt. Auch deutlich hörbar. Allerdings kann ich jetzt, natürlich ohne Gewehr, kann man sagen, diese Schreckschusspistole kann man auch in geschlossen. in geschlossenen Räumen ohne Probleme schießen von der Lautstärke her. Und diese Schreckschusspistole kann ich zumindest, ich will da jetzt, wie gesagt, nicht irgendwen anstacheln, kann man auch ohne Gehörschutz meiner Meinung nach ohne Probleme schießen. Selbst in geschlossenen Räumen. Also es ist wirklich absolut auszuhalten vom Schussknall her. Eine 9mm Schreckschusspistole sollte man in geschlossenen Räumen nicht unbedingt schießen und ohne Gehörschutz schon mal gar nicht, weil da kann es schon wirklich zu langfristigen Schädigungen kommen. Hiermit eher nicht. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. So, kommen wir zum Fazit dieser Schreckschusspistole. Also ich muss sagen, ich finde das ein total tolles Teil. Ich bin allerdings auch Sammler, wie ihr eher wisst. Und in dem Zusammenhang bin ich von sowas natürlich begeistert, dass man sowas da bekommt, wirklich in so einer schönen Holzkiste, als Geschenkset für verhältnismäßig wenig Geld. Und es ist halt wirklich mal was Besonderes. Ja, jetzt muss natürlich noch die ernsthafte Frage gestellt werden, was will man damit? Für wen ist so eine Schreckschusspistole überhaupt was oder geeignet? Also für Silvester eigentlich eher nicht, auch wenn Signalstern dabei sind. Fairerweise muss man sagen, wahrscheinlich ist es das günstigste Komplettset für eine Schreckschusswaffe mit Platzpatronen und Signalstern. Also selbst die billigste Rekord Weinberg 6mm Flobert Schreckschusswaffe kostet mit einer Packung 6mm Flobert Platzpatronen und mit einer Packung Leuchtsternen wahrscheinlich schon mehr als dieses Komplettset. Insofern wäre es streng genommen wirklich die billigste Möglichkeit, Silvester Feuerwerk zu verschießen. Allerdings würde ich das allein schon wegen diesem ganzen Gefriemel keinem empfehlen, zumal die Vollkosten mit neuen Platzpatronen und neuen Leuchtsternen halt sehr hoch wären. Also für Silvester eher ungeeignet. Zur Selbstverteidigung brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wahrscheinlich wird das Ding nicht mal bemerkt, wenn man es auf einen potenziellen Angreifer richtet. Und wenn doch, wird man damit wahrscheinlich ausgelacht. Also da macht so eine Schreckschusswaffe natürlich schon eher was her zur Selbstverteidigung oder auch zur abschreckenden Wirkung. Also sowohl für Silvester als auch zur Selbstverteidigung völlig ungeeignet das Ding. Was ja eigentlich die beiden Haupteinsatzgebiete von Schreckschusswaffen sind, wofür sie sich zumindest die meisten Leute kaufen. Und dann bleibt die Frage, wofür bleibt das noch übrig? Und da muss ich sagen, eigentlich sind es sogar drei gute Einsatzbereiche, wo diese Schreckschusswaffe wirklich Sinn macht. Die erste ist ganz klar als Geschenk. Ich finde, sowas ist total schön zum Verschenken. Natürlich sollte der Beschenkte 18 Jahre alt sein. Natürlich sollte der auch so Ahnung von Schreckschusswaffen haben, dass man da nicht irgendwem so ein Ding völlig, völlig ahnungslos in die Hand drückt und sich damit vielleicht noch jemand verletzt oder mit den Leuchtstern seine ganze Bude abfackelt oder weiß der Teufel. Oder vielleicht den Beschenkten ein bisschen einweisen, wie sowas funktioniert. Ich meine, hier steht es ja auch. Aber wie gesagt, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Aber ich finde das als Geschenk wirklich toll. Man hat hier ein Komplettpaket, man muss nichts mehr dazu kaufen. Man hat sogar eine schöne Geschenkverpackung. Das ist hier übrigens so eingebrannt, dieser Schriftzug vorne. Ja, der zweite Punkt ist natürlich ganz klar für Sammler. Das Ding ist für Sammler ein tolles Teil. Sowas gibt es eigentlich nirgendwo sonst in dem Format, meine Schreckschusspistole. Es macht sich auch schön in einer verschlossenen Vitrine. Man muss Schreckschusswaffen mit PTB-Prüfzeichen ja verschlossen aufbewahren. Macht sich sicherlich auch schön in einer abgeschlossenen Glasvitrine zu Hause. Also das sieht wirklich toll aus und ist für Sammler natürlich was ganz Besonderes. Und natürlich für Sammler. Ich meine, Sammler zahlen ja teilweise viele, viele 100 Euro für besondere oder seltene Schreckschusswaffen und sind 40 Euro Neupreis oder 41 Euro Neupreis natürlich auch wirklich gut zu stemmen. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt, den vielleicht nicht so viele von euch auf dem Schirm haben. Diese Pistole ist wirklich eine tolle Notfallalternative. Ja, diese Pistole könnte im Notfall helfen. Und zwar einen echten Zweck erfüllen, abgesehen von einem Geschenk oder einer Sammlerwaffe. Und zwar muss man sagen, durch dieses Mini-Format und überhaupt auch den kleinen Aufbau davon, ist sowas im Zweifelsfall super, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich spreche das Thema Rettung an. Egal ob jetzt vor der Küste oder irgendwo alleine im Wald oder weiß der Teufel wo, kann es ja mal nötig sein, einen Signalstern hochschießen zu müssen. Das kennt ja jeder von Leuchtsignalpistolen. Dafür könnte man, da könnte man im Notfall mit auf sich aufmerksam machen. Mit einem roten, gelben oder grün auf mehrere 10 Meter aufsteigenden Signalstern über dem Kopf. Gerade Nacht sieht man sowas, fällt sowas natürlich auf. Das wäre natürlich dafür eine gute Sache. Das kann man natürlich auch mit jeder anderen Schreckschusspistole machen. Mit einem normalen Platzpatron und einem normalen Leuchtstern. Aber das hier ist natürlich im Zweifelsfall mit Abstand das kompakteste, kleinste und leichteste, wenn man es nur zum Notfall mitführen will, um im Zweifel einen Signalstern hochzuschießen. Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf dem Schlauchboot nachts vor der Küste unterwegs ist, das kann ja nicht schaden. Dazu muss man sagen, man muss es ja jetzt nicht zwangsläufig in dieser Kiste mit sich rumtragen, auch wenn die natürlich immer noch klein und leicht ist. Also klar, ins Boot oder so könnte man sich sowas natürlich packen. Ins Auto oder so sicherlich auch. Wenn man jetzt wandern ist, würde ich mir jetzt nicht unbedingt noch so eine Kiste extra in den Rucksack packen. Allerdings kann man ja die Pistole selber rausnehmen, die Dose mit Munition, den Abschussbecher und vielleicht noch zwei, drei Signalsterne. Und das nimmt dann wirklich nirgendwo mehr Platz weg. Also das ist sehr kompakt, das muss man ganz klar sagen. Und für diesen Zweck wäre es wirklich super. Was ich gerade schon mal so ein bisschen scherzhaft angesprochen hatte, man kann sich das, wenn man irgendwo wandert oder auf der Natur ist oder auf dem Boot ist, kann man sich sowas sogar wirklich ins Münzgeldfach vom Portemonnaie packen. Wenn man einen kleinen Waffenschein hat, darf man diese Waffe ja führen, darf man die ja unverschlossen mit sich rumtragen mit dem kleinen Waffenschein. Und unter den Umständen kann man sowas wirklich in jedem Wanderrucksack oder in jede kleine Box oder wirklich in jedes Täschchen kann man das mit reinpacken und könnte im Notfall auf sich aufmerksam machen. Ich würde sagen, man sollte dann vielleicht vorher mal ein, zwei Signalsterne verschossen haben, als Probe, dass man auch wirklich sicher sein kann, dass es zuverlässig funktioniert. Aber im Zweifelsfall auch für diesen Anwendungszweck durchaus geeignet. Ja, mein Fazit, wie gesagt, ich bin von dieser Pistole sehr begeistert, als Sammler natürlich. Es ist was wirklich Besonderes, es ist ein tolles Teil, sowas gibt es sonst nicht. Ich habe ja gerade aufgezeigt, es gibt sogar drei Anwendungsbereiche, in denen diese Waffe sogar wirklich Sinn macht. Nämlich das Verschenken, das Sammeln und im Zweifelsfall, um das als ganz kompakte Notfalllösung für Signalsterne dabei zu haben. Ist wirklich ein tolles Teil, ich bin ein großer Fan davon. Ich möchte nochmal sagen, wie gesagt, ich habe mir diese Pistole nur für diesen Kanal gekauft, weil ich endlich mal die kleinste Schreckschusspistole der Welt hier auf meinem Kanal vorstellen wollte. Die habe ich vor ein paar Tagen erst gekauft. Jetzt gibt es das Video dazu. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mir eure Meinung zu dieser Pistole in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sowas selber habt oder ob ihr vielleicht noch andere Anwendungsbereiche von sowas kennt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, wenn ihr auch weitere Videos, Reviews zu allen Arten von freien Waffen, zum Beispiel Schreckschusspistolen, in der Regel normal großen Schreckschusspistolen, oder auch allen anderen Arten von freien Waffen sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020